Das ist ja kein Shop, es war ja nur der Riese, der sagt, ja, hier ein Waffenmacher mit einer Bronzestatue oder so. Irgendwo irgendwas aufhauen. Hier links konnte ich aufsprengen, das habe ich ja. Ja, irgendwas muss ich sprengen, das ist supi. Wo? Hier oben? In F4 oder was es war? Hier etwas sprengen? Weil hier ist ja nichts. Hier war der eine Boss, der Miniboss. Hier etwas sprengen? Und wir reden nicht hier links von dem Weg, den habe ich aufgesprengt, wie wir wissen. Oh. Feind nicht viel zu bewirken. Ich sehe da auch keinen Eisblock. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das stimmt. Ich resette immer noch, sage ich nichts. Weiße Bomben, teuer und so. Ich habe diese Items. Das sind einige Items. Aber lange nicht alle. Mein letztes waren die Bomben und war irgendwas nach den Bomben? Keine Ahnung. Pfeffer. Pfeffer sagt mir nichts. Nein. Pfeffer ist mir unbekannt. Dann Gate of Illusion. Also mit Gate of Illusion meinst du, dass das Paradise am Anfang kurz war. Da bin ich eben hin von... Hier, genau. Von... Unleid. Da komme ich vielleicht irgendwie sinnvoller vom... Vom Eis hin, weil ich weiß ja, dass dort auch der eine Weg ist. Da muss ich vielleicht nicht so viele... Bingen sie immer verbrauchen. So viele... Gewichte. Hier mit dem Aufzug hoch, das müsste ja noch eigentlich gehen. Und kein allzu großer Zeitunterschied sein. Okay. Na ja, auf Eingewicht. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Bitte? Ja, könnte. Gah. Ich habe eigentlich extra so ein kleines bisschen weniger gegessen heute Mittag. Aber mehr so aus finanziellen Gründen. Bitteschön, Naldi. Ja, es scheint zu stimmen. Naldi konnte nicht antworten, weil sie auf Kawa Kuchen essen. Die macht's richtig. Bum, 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 ja, dum, dum. Gut, dass du nicht springst, wenn man's drückt. So, dann sag doch mal am besten schon an, was ich dort oben gleich mach. In dem Illusion-Ding. Weil ich bin dort eben schon rumgehüpft und hab keinen Weg gesehen. Aber... Ja, wo ich schon da bin? B1 hast du eben gesagt. Das ist ja das, wo der Weg ist. Oder was kommt jetzt? Mit dem Skelett reden? Hier unten in B1 kann ich unten die Wand kaputt machen. Aha. Achso, nee, nicht unten in B1. Warum bin ich wieder runter? Mit dem Skelett reden? Mit welchem Skelett reden? Achso, in Gate of Illusion mit dem Skelett reden. Achso. Ah. Ah. Cannot do the jumpy thing. Was wollt ihr? Sollen wir schon Pause machen? In Kürze gleich? Oder soll ich halt im Stream essen? Oder sowas. So, F4. Das ist eins hoch und eins rechts. A, B, C, D, E, F. Okay, Wampel hat die Entscheidung abgenommen. Und Stream geht dann aus, wenn es essensfertig ist. Aber dauert nicht ab wie lange, wisst ihr ja. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4. Eins nach rechts und dann eins hoch. Äh, das war... ...so ähnlich. ...nicht ganz das, was ich vorhatte. Ich hab nichts von schnell essen gesagt. ...so... 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 ...ja, jetzt... Jetzt müsste ich von hier hoch, aber so weit war ich noch nie. Ich kann hier gar nicht lang. So schlau sind wir noch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hin soll. Ah, danke. Du wirst vom ganzen Server automatisch von Spam gekickt und das nicht von mir. Ah. Da war der Teleporter. Jetzt muss mir das noch jemand so vermitteln, dass ich das, äh, ohne eine halbe Stunde auf K zu gehen und zu lesen, weißt du? Yes, Wall of Poop. Jetzt bin ich auch mal rund gegangen, ne? What am I doing? Links war doch das Teil, wo ich rein wollte. Ach, ich weiß nicht. Ich laufe einfach gern oder so. Ich glaube, ich hätte runterfallen wollen, kann das sein. Ach, Mann. Ach, Mann. Also hier runter, hier hoch, hier in dieser Klasse. Dann gehe ich mal hier rein, dann gehe ich mal hier rein, dann gehe ich von hier nach hier, jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich wieder hier. So, äh. E5. Bin ich doch gerade. Tablett lesen. Das hier. Habe ich. Blau scan. Das kann ich nicht scannen, also bin ich wahrscheinlich falsch. A, B, C, D, E. Ganz falsch. Ich soll hier scannen. Tablett scannen, Blau scannen, habe ich hier. Wieder runter, nach rechts, durch den Boden. So weit war ich auch. Ach so, und dann ist Ende. Okay. 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 Und da hat es mich rausgekickt. Also merken, wenn ich da oben rechts ankomme, nicht nochmal nach rechts gehen lassen. Also hier runterfallen lassen. So, in the chamber with the tablet, bla, bla, bla. Directly left into the wall. Oh, hier. To be teleported, to erfüllen. Immediately turn around and run back into the wall. To be teleported, to the top. Break the first pot and stand where it was to press. Das Spiel ist unmenschlich. Ich habe ein Achievement bekommen. So, down to enter a hidden room. Walk into the wall on your right. Komm her, ich mache gleich Essen hier. Oh, okay. Right to be teleported, to dingen sie again. Ach, ach, jetzt. Ach so. Aha. Die gucken ja überhaupt nicht evil, die zwei. Also er hat mir den Pfeffer gegeben, weil die Feen einige seiner Schätze, die er selbst geklaut hat, geklaut haben. Und in Statuen versteckt haben. Und sie den Statuen in den Mund gesteckt haben. Und mit dem Pfeffer soll ich die Niesen machen, dass die Schätze wieder rauskommen. Macht natürlich Sinn. Aber egal. Jetzt ist Essenszeit. Boah. Hals. Also. Für den Moment. Danke fürs Zusehen. Und gleich geht's nach dem Essen dann weiter. Bye, bye. 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 Vielen Dank.